Krass! Was denn? Angelina ist schon 40. Krass! Untertitelung. BR 2018 Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. In aller Demut und Sandwut. In Geduld. Möchten Sie vielleicht eine Jesus-Pastkarte kaufen? Nee, danke. Wann habe ich mich gerade erschreckt. Wegen der Karten? Wegen dem Typen. Ja, der war ja auch total unattraktiv. Gucken wir euch heute an, wie der Letzte ist. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar.